Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von PhilFiller. Heute geht es um eine Empfehlung von mir, falls ihr mal keine Videos über Füller und Tinten sehen könnt. Also, bleibt dran! Das Ende des Monats kommt immer näher und das Datenvolumen wird immer knapper. Wie kommt man jetzt als Füller-Begeisterter an neue Informationen über Füller und Tinten? Hier möchte ich euch das Blog Linearturexpert ans Herz legen. Dieses Blog lese ich schon längere Zeit und habe das Blog auch in meinem RSS-Reader abonniert. Monatlich werden Tinten und neue Füllfederhalter vorgestellt. Der Inhalt kommt euch bekannt vor? Mir auch! Das Blog wird von meinem YouTube-Kollegen WritingDelight betrieben. Falls ihr ihn noch nicht kennt, könnt ihr ihn gleich besuchen. Die Adresse findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr diesen Blog schon? Habt ihr noch weitere Empfehlungen von einem Blog rund ums Schreiben für mich? Schreibt es bitte in die Kommentare. Das war es auch schon wieder. Macht's gut! Alles Liebe, alles Gute!